Also das ist hier eigentlich mein Lieblingsplatz, muss ich ehrlich sagen, an diesem Fenster, wo ich schön rausschauen kann, auf dem Teich und auch auf die Grünanlage, die hier immer sehr gepflegt ist. Ich heiße Klara Nefermann, geborene Saalfi, wenn Sie das noch wissen wollen, und bin geboren in Missträu. Da bin ich erst zu meinen ehemaligen Schwiegereltern nach Hamburg gegangen, wie ich vertrieben wurde. Ich bin natürlich aus dem Lager ausgewöchst, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja nicht mehr gesucht. Aber das ist so, ich bin dann gleich nach Hamburg gegangen und ich bin auch in Hamburg geblieben. Da habe ich dann auch meinen zweiten Mann, also meinen Mann für immer, hätte ich gesagt, kennengelernt. Ja, ich habe zwei Kinder bekommen, natürlich, und ja, ich habe gearbeitet im Berufsförderungswerk. Ja, sind beide was Ordentliches geworden, nichts Schlechtes, haben uns keinen Kummer gemacht, ansonsten die Leben haben, sind auch wieder verheiratet, haben auch schon wieder Kinder. Ich habe sogar Urenkel, zwei, vier Enkelkinder und zwei Urenkelkinder. Das war irgendwie so, wir waren ganz, ganz arm und wir wollten in aller Stille heiraten. Und da war eine nette Pastorenfamilie und die hat gesagt, nein, wir machen Ihnen eine schöne Hochzeit. Und daraufhin habe ich noch richtig kirchlich geheiratet und dann bei meinen Schwiegereltern, in aller Bescheidenheit, ein bisschen Hochzeit, die war, das war ein sehr schöner Tag. Die Vertreibung, das war das Schlimmste. Das war eigentlich bitter. Ich war ja schon 22 und bin eigentlich auch schon mit richtigem Verstand aus der Heimat gegangen. Das war nicht so einfach. Mein Vater hat früher drunter gelitten, wir haben eigentlich alle gelitten. Wir wollten alle wieder nach Hause, wenn Sie sich vorstellen. Das ist nicht gegangen. Nun haben wir immer auch, früher hat der Timmendorf die Patenschaft von Misstreu übernommen und da haben wir einmal im Jahr immer Treffen gehabt von allen noch lebenden Misstreuern. Das war immer sehr schön. Ich höre eigentlich dreimal am Tag Nachrichten, die höre ich viel. Ich höre, also interessiere mich sehr für Politik noch, ich höre auch politische Sendungen. Und das ist noch, das ist noch mein Febel, obwohl ich den Namen schon vergesse. Also wenn ich dann erzählen soll, der Politiker hat mir nicht gefallen, dann weiß ich die Namen nicht mehr. Also das ist natürlich jetzt in meinem Alter schon schwierig. Ich bin eigentlich so zufrieden, ich habe eigentlich gar nicht so Wünsche. Ich habe noch ein klein bisschen Geld und ein bisschen Taschengeld habe ich noch. Ich habe keine große Rente gehabt, aber ich bin zufrieden. Ich habe keine Wünsche. Vielleicht würde ich mal in der Schule mehr lernen. Ich war ein bisschen faul. Dann würde ich vielleicht mehr lernen. Also vor Sterben habe ich gar keine Angst. Angst habe ich eigentlich nur vor Leiden. Wissen Sie, wenn man da so sieht, ich sehe ja auch hier die Menschen auch leiden, bevor sie sterben müssen. Und das natürlich ist bitter, da habe ich ein bisschen Angst vor. Kirche ist etwas, das ist eben der Glaube. Man kann sich daran festhalten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe durch die Kirche, habe ich in meinem Leben viel Halt gehabt. Wenn ich auch manchmal belächelt worden bin, dass ich in die Kirche gehe. Wir haben auch vielleicht Freunde gesagt, Mensch, jeden Sonntag gehst du in die Kirche oder so. Aber das brauchte ich. Der Diebegur hat mir auch immer geholfen. Wenn ich auch manchmal dachte, oh Gott, oh Gott, es geht nicht weiter. Auch mit meinen Schmerzen. Ich habe ja auch Brustkrebs gehabt. Ich habe Hüftoperationen gehabt. Also ich bin auf einem Auge blind. Also ich habe schon einige Sachen. Aber wie gesagt, darüber bin ich gar nicht mehr so traurig. Das haben andere doch auch. Was soll ich das erklären? Leidenschaft. Das hängt ja hoffentlich nicht mit sechs zusammen. Also darüber kann ich mir nicht mehr viel erzählen. Leidenschaft. Ja, was ist das? Ich habe keine Leidenschaften. Ich bin zufrieden mit dem. Jeden Morgen bin ich dankbar, wenn ich wach werde. Und ich habe noch mein Augenlicht und ich kann noch sehen und ich kann den Tag erleben. Das ist eigentlich meine, ob ich das als Leidenschaft bezeichne. Aber da bin ich zufrieden. Ich will ja auch gar keinen beleidigen. Ich habe so viele Menschen gern. Auch Fremde gemacht habe ich gern. Aber wenn ich nun wirklich sagen soll, wie ich mich direkt grüßen soll. Einen. Ja, ich weiß. Also dann möchte ich aber meine Schwester grüßen. Das ist zwar meine Stiefschwester. Aber sie hat hier zwei Operationen hinter sich und ist eigentlich ganz böse dran. Und der möchte ich alles Gute wünschen und gute Besserung. Also hallo, guten Tag Irmi. Ich denke immer an dich, weil du jetzt ja auch ein bisschen schwere Zeiten hast. Aber ich wünsche dir alles, alles Gute und dass du die Krankheit besiegst. Das wünsche ich mir. Von Herzen. Das wünsche dir alles, alles Gute und dass du das, 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 alles Gute und dass du das